Die Schwangerschaft ist eine ganz besondere Phase im Leben einer Frau. Es ist faszinierend, wie ein neues Leben entsteht, auch wie man die Veränderungen am eigenen Körper spürt. Nicht immer sind diese Veränderungen einfach, häufig auch anstrengend. Ich möchte ein guter Begleiter in dieser Phase ihres Lebens sein, dass ihre Schwangerschaften gute Erinnerungen behalten. Die Schwangerschaften.